Koblenz ist eine Stadt, in der man gerne lebt. Vieles läuft hier richtig gut, vieles ist hier wirklich in Ordnung, andere Dinge sind nicht so in Ordnung. Darüber kann man sich ärgern, aber man kann auch was dagegen tun. Und genau da kommst du ins Spiel. Wir laden dich ganz herzlich dazu ein, mitzudenken, mitzureden, mitzuschreiben an unserem Programm für die Kommunalwahl. Und da kannst du ganz unmittelbar Einfluss nehmen auf die Koblenzer Politik, weil unsere Fraktion wird sich an diesem Programm orientieren und diese Dinge in den nächsten vier Jahren in Koblenz umsetzen. Mach einfach mit bei unserem Wahlprogramm, mach mit bei uns, einfach weil es auch Spaß macht. Wir sehen uns bei dem, was wir in der Laufe von der Einfluss wiederholen, dass es bei einem Der corrupt und früher wird wirklich sehr schnell ist. Wir sehen uns bei dem Scharen.